Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir reagieren heute auf KuchenTV, ein Statement Volksverhetzung. Es geht wahrscheinlich um seine Vergangenheit. Wir bewerten das Ganze, wir gehen rein und schnacken gar nicht groß rum. Let's go. Jo Freunde der Verurteilungen, wie im Video am Mittwoch bereits angekündigt, wollte ich hier einfach mal ein Statement Video zu meinen Verurteilungen wegen Volksverhetzung machen. Beziehungsweise die eine rechtskräftige Verurteilung von Anfang 2016 und die andere von 2017, wo wir immer noch vor Gericht gehen. Seit sieben Jahren. Denn vor allem auf Twitter und in der Community einer sehr selbstsüchtigen Influencerin ist das so der Vorwurf, der am meisten benutzt wird, um gegen mich zu framen. Der böse KuchenTV, der wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Das ist zwar schon neun Jahre her, aber das spiegelt jetzt seine gesamte Persönlichkeit für immer wieder. Auch wenn er sich dafür entschuldigt hat, das nicht mehr macht, es ist uns egal. Wie lange ich mir den Vorwurf wohl noch anhören muss? Auch ewig! Auch ewig! So was ist immer schwierig, finde ich, wenn man gerade noch ein erwachsener Mensch ist. Ja, du wirst mit solchen Vorwürfen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange zu tun haben. Sehen wir auch mal ganz ehrlich, es gibt viele Eigenschaften, die sich nicht mehr ändern, besonders die Kerneigenschaften. Gerade je älter man wird, desto weniger ändert man sich. Auch ewig! Dieses Video hat vor allem zwei Gründe. Erstmal möchte ich mal ein paar Leute abholen, die das halt immer wieder lesen, aber sich jetzt nicht so tief mit meinen Videos auseinandergesetzt haben und die ganze Sache auch nicht mitbekommen haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Werbepartner, damit die mitbekommen... Ach so, ja, das ist also nur dummes Framing von Leuten, die dich nicht mögen, ja, alles klar. Aber fangen wir mit der Verurteilung aus dem Jahre 2016 an. Ich werde, by the way, die Fälle immer aus zwei Perspektiven beleuchten. Einmal aus der moralischen Perspektive und dann einmal noch aus der strafrechtlichen. Aber was ist überhaupt damals passiert? Ich war früher ein kleiner, edgy YouTuber, der sich mega gefreut hat, wenn Juliens Blog wieder ein neues Video hochgeladen hat, wo er heftige Witze gedroppt hat und ich mir dann so dachte... Boah, heftig? Was traut der sich denn zu sagen? Zu der Zeit war ich halt irgendwie so 19 oder 20, war halt noch überhaupt nicht reif, sah ungefähr so hier aus und dachte mir so, also wenn ich bei Tinder angebe, dass ich jetzt hier werden will, dann werden die Frauen mich lieben, denn das heißt, dass ich gut mit Kindern kann. Und das ist das Wichtigste für 19-jährige Frauen. Bis auf jede Abwandlung von einer Curve Maria hat das allerdings nicht so viel gebracht. Humortechnisch war ich damals halt genauso reif oder halt auch nicht reif, besser gesagt. Die Weitsicht, dass es eventuell auch Themen gibt, über die man vielleicht lieber keine Witze machen sollte oder diese Witze dann wirklich sehr gut gesetzt sein müssen, hatte ich damals einfach nicht. Schwarzer Humor war im Grunde für mich, ha, Apes, lol, tot, höhö, külps. Im Endeffekt hat mir vor allem eins gefehlt. Shoyoka, wie heißt das nochmal? Was ist die Pointe? Und ich finde es halt so krass, wie man sich dann auf der einen Seite hinsetzt und einen Luke Moggridge kritisiert und halt sagt, boah, das geht gar nicht, wo ist die Pointe, das geht nicht. Und für mich war Schwarzer Humor damals vor allem dafür da, um zu zeigen, guck mal, was ich mich traue hier zu posten. Ganz schön heftig, oder? Und deswegen habe ich 2015 folgenden Witz bei Twitter gepostet. Was ist der Unterschied zwischen Pfadfindern und Juden? Und ja, weiter werde ich diesen Witz nicht vorlesen, denn er ist komplett grenzüberschreitend, er geht überhaupt nicht und ich möchte das hier auch nicht nochmal reproduzieren. Kommen wir deswegen einfach mal direkt zur moralischen Einordnung. Der Witz ist einfach komplett drüber. Die Pointe ist im Endeffekt ja einfach nur zu sagen, ha, da sind ganz viele Leute gestorben. Und naja, das beim schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu machen, wo Millionen unschuldige Menschen systematisch ermordet worden sind, muss jetzt nicht sein, um ehrlich zu sein. Ich hatte damals mit 19 Jahren einfach noch nicht die Weitsicht, um halt überhaupt zu verstehen, dass man solche Themen vielleicht nicht so plump in irgendwelche übertriebenen dummen Witze mit reinpacken sollte. Ich denke mal, hier kann man ihm glauben, weil 19, die meisten sind mit 19 immer noch, wie er schon selber gesagt hat, nicht besonders reif. Und gerade in den jungen Zeiten des Internets, wo nicht so viel Cancel Culture existiert hat, eigentlich gar keine, nicht so schnell gebannt wurde es für irgendwelche Sachen. Ich glaube, da kommt man schon auf dumme Ideen, ja. Dass er mit dem Vorwurf immer noch zu kämpfen hat, ich sage es mal ganz ehrlich, damit muss er rechnen. So, der ist halt eine bekannte Person. Leute, die ihn nicht mögen, werden ihn immer darauf ansprechen. Dass jetzt so ein Statement kommen muss, wie er schon selber sagt, für seine Werbepartner, das war zu erwarten. Da bin ich immer gespannt, was er noch sagt. Dass ich das gepostet habe, das bereue ich auf jeden Fall. Ich distanziere mich davon und ich habe seitdem auch nichts Ähnliches mehr hochgeladen, zumindest meines Wissens nach nicht. Mal gucken, was Kuchenfalls in Zukunft noch so finden wird. Wie gesagt, den Witz hatte ich Ende 2015 bei Twitter gepostet und Anfang 2016 habe ich dann halt den Strafbefehl bekommen. Und deswegen kommen wir jetzt auch mal zur strafrechtlichen Einordnung. Es war nämlich tatsächlich so, als ich damals den Brief bekommen habe, dass ich eine Aussage bei der Polizei machen soll. Da wurde mir nicht nur Volkswitzung vorgeworfen, sondern tatsächlich auch Unterstützung terroristischer Organisationen. Weil ich damals in den Kinderbuch-Reviews, die ich hochgeladen habe, auch einige IS-Jokes drin hatte. Und ja, auch die waren teilweise wirklich drüber. Auch davon distanziere ich mich und auch sowas mache ich einfach nicht mehr. Ich habe natürlich klug... Man muss schon sagen, der KuchenTV von vorher und auch nach ein paar Jahren, der war dreckig. Der war dreckig, der war provokant, der war frech. Aber mittlerweile sieht es zumindest so aus, zumindest in den Videos, dass er wirklich gelernt hat und vieles besser macht. Klugerweise keinen Anwalt eingeschaltet, sondern bin selber zur Polizei gelaufen und habe denen zu beiden Fällen gesagt, ey, das sind halt Jokes, jetzt chillt doch einfach mal. Und ja, das eine wurde fallen gelassen und für das andere wurde ich dann verurteilt. Und ich kann das natürlich falsch sehen, aber für mich hat das damals schon so gewirkt wie... Hm, naja gut, dieser 19-jährige edgy Deutsche, der will jetzt bestimmt keine terroristischen Organisationen unterstützen, aber Volksverhetzung, ja komm, das geht schon. Und ich stehe auch immer noch hinter folgender Aussage, die ich in einem Stream gedroppt habe. Stimmt, ich bin überhaupt nicht einsichtig. Ich wurde 2016 einmal verurteilt, weil die Richterin das Wort Kunstfreiheit noch nie gehört hat. Ich habe moralisch einfach komplett daneben gegriffen. Das geht gar nicht, dass ich das gepostet habe. Ich distanziere mich davon und mache sowas auch nicht mehr. Ich finde aber trotzdem nicht, dass der Strafbefehl dafür angemessen gewesen ist. Für mich wäre es hier der ausschlaggebende Punkt gewesen, wie der Name ja schon sagt, dass mein Ziel es gewesen wäre, gegen ein Volk zu hetzen. Wenn mein Twitter-Profil jetzt aus irgendwelchen ausländerfeindlichen Memes bestehen würde, ich die ganze Zeit gegen Religion oder andere Dinge hetzen würde, dann würde ich auch sagen, hey, safe, auf jeden Fall kann man so auffassen. Aber daraus bestand mein Twitter-Profil einfach nicht. Und im Zweifel für den Angeklagten. Das sagst du. Es gibt halt noch eine Kunstfreiheit in Deutschland. Und da sollten auch solche sehr miesen und übertriebenen Jokes mit gedeckt sein. Ich habe das ehrlicherweise damals auch einfach gezahlt, weil ich halt weder rechtlich mich auch nur minimal auskannte mit meinen 19 Jahren, noch hatte ich das Geld, um dagegen vorzugehen. Weil ich hatte gerade Schulden bei Sixt, weil Manuel und Wohli nach dem Einkaufen dachten, boah, Digga, lass mal den Einkaufswagen in den Mietwagen so hier einfüllen. Wie geht's denn das rein? Nicht nur mal zum Kratzer rein. Was ist das denn, Alter? Kann man so blöd sein. Und dann noch diese Kamera. Wie gesagt, ich sehe trotzdem ein, dass es eine klare Grenzüberschreitung gewesen ist. So was sollte man nicht posten. Und ja, das war halt 2015. Das ist fast zehn Jahre her. Was soll ich machen? Der zweite Fall ist aus dem Jahre 2015. Das ist fast zehn Jahre her. Was soll ich machen? Der zweite Fall... Ja, wie? Was sollst du machen? Auf jeden Fall nicht ein paar Jahre später in dem Stream. Keine Einsicht zeigen. Also der Kuchen hat schon einige Skandale hinter sich. Die sind bisher nur einmal passiert. So, ne? Der hat das nicht wiederholt. Aber... Der zweite Fall ist aus dem Jahre 2017. Damals hatte eine Schülerin aus Dresden nämlich einige Personen aus ihrer Klasse angezeigt, weil die in ihrer WhatsApp-Klassengruppe Hitler-Witze gemacht haben, Witze über Juden und den Haargruß gezeigt haben und all solche Sachen, weil die das halt einfach lustig gefunden haben. Und nein, es ist logischerweise nicht lustig, sowas zu machen. Ich hatte damals einen Witz zitiert, der wohl in dieser Klassengruppe gepostet wurde. Und zwar waren da halt rauchende Schornsteine mit einer gewissen Unterschrift, die ich hier auch nicht nochmal reproduzieren möchte. Damals habe ich zu diesem Witz dann gesagt, hm, der ist gar nicht mal so schlecht. Und nur für dieses, hm, der ist gar nicht mal so schlecht, habe ich wieder einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung bekommen und sollte am Anfang 5.100 Euro dafür zahlen. Das Verfahren läuft, by the way, bis heute und wir gehen jetzt auch noch zum Bundesverfassungsgericht. 5.000 Euro ist schon krank, Alter. Also mal gucken, ob das irgendwann mal endet. Und ja, auch hier sehe ich in der moralischen Instanz ein absolutes Fehlverhalten von mir. Denn diesen Joke, wenn man den überhaupt so nennen möchte, den kann man nicht so plump mit einem Nebensatz einfach einordnen, der ja tatsächlich nicht mal negativ ist. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass der gut ist, ich habe den aber auch nicht wirklich kritisiert, das muss man fairerweise dazu sagen. Hier hätte ich klare Kante zeigen müssen und sagen, ey, solche Witze gehen halt einfach nicht fit. Denn wie auch schon bei meinem ersten Fall, als ich selber sowas gepostet habe, geht es hier immer noch um die systematische Ermordung von Millionen unschuldigen Menschen. Ich sehe hier ganz klar ein, dass ich mit meiner Äußerung dieses Problem und diese ganze Dynamik dahinter halt einfach nicht ernst genommen habe. Und sowas einfach immer als Witz abzutun, ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht das Richtige. Also hier schon ein klares Fehlverhalten von mir. Aber man muss fairerweise dazu sagen, auch das ist halt schon sieben Jahre her und seitdem habe ich sowas nicht mal mehr im Ansatz irgendwie gepostet oder gesagt oder reproduziert. Dennoch bin ich auch hier immer noch der Meinung, dass es halt strafrechtlich gesehen einfach keine Volksverhetzung ist. Denn ich wurde ja nicht mal dafür kritisiert, dass ich das Bild gezeigt habe, was man wahrscheinlich sogar hätte verstehen können, sondern wirklich nur für diesen Satz, der ist gar nicht mal so schlecht. Und ganz ehrlich, finde ich auch zu viel. Weil wäre es nicht KuchenTV der Influencer, wäre das wahrscheinlich nie zur Anzeige gekommen. So ein Kommentar ist trotzdem unnötig, weil lass sein. Aber gut, den hat der jetzt geschrieben. Deswegen auf so eine Summe angeklagt zu werden, wegen Volksverhetzung, ist schon größer gemacht, als es eigentlich ist. Den dafür zu kritisieren, ja, aber das ist schon viel. Und der Prozess geht schon so viele Jahre. Ich weiß gar nicht, woher der die Nerven hat für diese ganzen Rechtsstreitigkeiten. Das ist doch voll anstrengend. Der Satz sagt ja schon aus, dass das einfach nur meine Meinung ist. Auch wenn die Meinung absoluter Bullshit ist, finde ich hier deswegen, mich für Volksverhetzung anzuklagen, wirklich sehr übertrieben. Das ist Deutschland. Auch hier gehe ich immer noch gegen vor. In Deutschland kannst du nicht Judenwitze oder Judenwitze machen oder diese verherrlichen oder gut finden. Das geht nicht. Das ist ein Wunderpunkt. Und auch hier muss man sagen, das habe ich schon in einem alten Video gesagt, dass der Staatsanwalt hier wirklich die höchstmögliche Strafe für mich haben wollte oder auch immer noch möchte und ich keine Möglichkeit habe, irgendwie eine Einigung zu finden. Bei vielen Fällen ist es beispielsweise so, dass man einfach eine Absprache mit dem Staatsanwalt und mit dem Richter oder der Richterin macht und ich hätte mich zum Beispiel darauf eingelassen, zu sagen, ey, ich spende 10.000 oder von mir aus 15.000 Euro an eine jüdische Einrichtung, um da irgendwie Aufklärungsarbeit zu unterstützen. Dafür ist das Ding eingestellt. In der Berufung wollte der Staatsanwalt einfach dafür eine Bewährungsstrafe für mich. Eine Bewährungsstrafe dafür. Und jetzt guckt euch 500 andere Urteile in Deutschland so an, wo es das nicht gegeben hat und dann sagt mir, dass das auch nur in irgendeiner Art und Weise fair gewesen wäre. Momentan... Es ist irgendwo auch lächerlich, ja, das stimmt. Aber ich finde es krass, wie viel Geld hat wohl KuchenTV ausgegeben für diesen Fall, wo ich mir denke, vielleicht hätte es sich einfach doch gelohnt, das zu zahlen. Dann sind wir hier immer noch bei 100 Tagessätzen. Wie gesagt, dafür, dass ich zu diesem übertriebenen, ekelhaften Witz gesagt habe, der ist gar nicht mal so schlecht. Ich wäre halt einfach vorbestraft, weil es mehr als 90 Tagessätze sind. Ist das in irgendeiner Art und Weise fair? Und ja, ich hatte natürlich dadurch, dass ich den Strafbefehl angenommen habe, schon mal eine Verurteilung und die Strafe muss auch höher werden. Das ist auch absolut richtig, wenn man quasi dann Wiederholungstäter ist, wenn man das hier so nennen möchte. Aber 100 Tagessätze dafür, Bro, chill mal ein bisschen. Aber wie gesagt, auch davon distanziere ich mich. Auch das Video ist seit sieben Jahren nicht mehr online. Ich habe das dann auch relativ schnell auf privat gestellt. Und ich werde sowas in Zukunft halt auch nicht mehr machen. Beziehungsweise habe ich auch nicht mehr gemacht. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Natürlich ist es moralisch gesehen absolut fragwürdig, was ich damals gepostet habe. Hier sollte man aber meiner Meinung nach trotzdem nicht vergessen, dass das halt 2015 und 2017 gewesen ist. Also das liegt teilweise fast zehn Jahre in der Vergangenheit. Und wenn man sich meine Videos von heute so anguckt und auch die Jokes, die ich mache, dann sieht man ja eindeutig, dass ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Ich habe mich für die Seenotrettung eingesetzt. Ich kritisiere heute einen Gottschalk. Ich habe Videos gegen die AfD gemacht und ich verteidige auch Transpersonen. Ich habe in einem Video auch Israel verteidigt. Ich war damals halt einfach in meiner edgy schwarzen Humor-Fahrt. Und das soll keine Entschuldigung sein, weil den Mist habe ich ja trotzdem gepostet und dazu muss ich halt auch stehen. Aber trotzdem kann man ja sehen, dass ich mich als Mensch einfach weiterentwickelt habe und heute auch diese Weitsicht besitze, dass ich nicht bei allem, was grenzüberschreitend ist, einfach schwarzen Humor rufe, so wie das früher mal gewesen ist. Oder um es in den Worten von Filmord zu sagen, Menschen können sich ändern, lieber Parnassus. Leute nach der Vergangenheit zu beurteilen, muss nicht unbedingt zur Wahrheit führen. Mein Ziel war es nie, gegen irgendein Volk oder gegen irgendeine Menschengruppe zu hetzen. Ich habe in Videos immer wieder gesagt, dass für mich jeder Mensch absolut gleich viel wert ist. Egal welche Hautfarbe, Herkunft, Religion oder welche Sexualität du hast. Kein Mensch ist mehr wert als der andere, aber auch nicht weniger. Dass die Bubble diesen Straftat bestand, neun Jahre nach meiner Verurteilung, halt immer noch nutzt, um zu sagen, guck mal, KuchenTV ist richtig böse, denn vor neun Jahren, wo hat der hier mal einen Strafbefehl angenommen? Finde ich persönlich einfach lächerlich. Wie schon im Mepo-Video gesagt, verwässern solche Begriffe einfach. Das ist genau das Gleiche, dass heutzutage jeder rechts, rechtsradikal und ganz böse ist und jeder ist auch irgendwie Volksverhetzer. Ihr unterstützt damit einfach den Rechtsruck, der momentan stattfindet. Und ich weiß, dass ich sehr viele Fehler in meiner Karriere gemacht habe. Muss man da zwangsweise diese eine Verurteilung von vor neun Jahren wegen einem übertriebenen Witz nutzen, um gegen mich zu framen? Findet ihr wirklich nichts aus den letzten zwei Jahren? Das ist wirklich traurig. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks. Ja, es ist auf jeden Fall lange her. Den damit zu nerven, ist auch irgendwo nicht fair. Man sieht auf jeden Fall eine Entwicklung bei KuchenTV, wie ich vorher schon erwähnt habe. Ich bin so ein Typ, wenn ich solche Dinge weiß, gehe ich immer mit so einer gewissen Vorsicht ran, weil ich rechne damit, dass es vielleicht wieder passieren könnte. Aber im Umgang mit ihm, immer cool bleiben, sage ich mal. Was soll man noch dazu sagen? Es ist nervig für ihn irgendwo auch selber schuld und weil er YouTuber ist, hast du einfach irgendwo, er irgendwo hört sich so doof an, einfach Pech gehabt. Es ist einfach so. Du wirst jahrelang noch damit genervt. Das waren meine Worte zu dem Thema. Falls dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar da. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Den Links unten folgen für fast tägliche Livestreams auf Twitch. Und dann würde ich sagen, haut da rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.